Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, heute werden wir uns mal, naja, ein paar Outtakes aus dem vorherigen Video, die Terafosa-Verpaarung, angucken. Hauptsächlich, glaube ich, in dem Fall der Schlag auf den Kopf und damit starten wir auch direkt rein nach dem Intro. Ach, wenn da zwei so riesen Viecher miteinander rummachen, dann schwitzt man ein bisschen. Ja, hat hoffentlich geklappt, er wollte raus, sie hat keinen Bock mehr gehabt, haben sich nicht aufgefressen. So, und jetzt, auf geht's. Jetzt muss ich erstmal eine Aufnahme machen, wo ich sage, komm schon. Geh da rein, sozusagen. Also du musst jetzt nichts machen, ich spiele jetzt nur das eine, schneide ich sowieso. Komm schon, geh da rein. Jetzt nimmst du das, zieh es mir mal aus der Hand, volle Pulle. So, und jetzt muss das Ding quasi einmal vor mir so auftauchen. So, dass ich sehe, das wird dir gefallen, ich weiß. Du musst nicht so weit ausholen, der Stab ist lang. So. Jetzt muss der nur einmal auftauchen, so dass er einmal so hochkommt, so dass ich ihn angucken kann. Und jetzt haust du mir quasi direkt in die Schnauze. Naja, so funktioniert das nicht. Und ich sollte vielleicht so machen, dann ist das vielleicht vom Schwung her besser. Weil, ob ich dich treffe oder nicht, sieht man ja nicht aus der Pest. Warte mal. Bleib mal, ich brauche es eben ein bisschen weiter unten. Aber jetzt guck mal, ist das die Höhe, die du meinst? Ja, ist okay. Was warst du da gerade? Ich habe getestet, ob man das sehen kann. Und kann man es sehen? Ah, nee, hier so. Entschuldigung, das war toller. Ja, ist okay. Nur nicht auf meinen Kopf zu schlagen, sehr schön. Möchten wir und du fällst noch so seitlich um. Das ist nicht so einfach. Ich kann die Position nicht ändern. Ja, nützt es nicht da. Ich wollte halt, dass der jetzt so quasi, ich stehe ja so da. Ja. Das heißt, das Ding muss jetzt irgendwie an mir vorbei auftauchen, über mir, sodass ich ihn sehe. Der muss ja hier nur zu sehen sein. Und er denkt, auf meine Birne knallt. Sozusagen. Ja, aber das ist halt zu weit. Wie lange soll der seinen Arm machen? Du weißt, dass der da unten sitzt. Also, so. Und dann bam. Ja, nochmal. War das jetzt zu sehen? War nochmal. Also, er soll hochkommen und dich dann treffen, ja? Ja, naja, im besten Fall sehe ich das Ding halt. Guck es denn an. So gemeint? Ja, in etwa. Aber du musst schon aufpassen, dass du mich nicht hier hinschlägst, sondern schon hier triffst. Also, nochmal. Mhm. Warte. Ja. Okay, passt schon. Das kriegen wir schon hin. Komm schon. Geh da rüber. Sein Überleben ist mir gerade wichtig. Gut, okay. Schmeiß halt die Kamera weg. Das hat selbst die Spinnen gerade irritiert. Bevor wir gleich noch an die Terafosa gehen und die nochmal versuchen zu füttern, habe ich aber noch eine Nachricht. Ich habe gerade entdeckt, Godzilla hat sich gehäutet. Das wäre Godzilla vorher. Auch nicht gerade klein. Also, Godzilla hat mittlerweile schon eine ordentliche, beachtliche Größe. Und ja, ich werde mal schauen, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ja, Godzilla hat es wieder geschafft, das komplette Abdomen in tausend Stücke zu reißen. Ich habe euch aber trotzdem mal zwei Bilder gemacht. Vielleicht könnt ihr daran was sehen. Ja, das erste Bild ist quasi gemacht, ein bisschen weiter rausgesoomt, sodass man die Spitze von diesem, von diesem, ja wie soll ich sagen, von dem Lappen da sehen kann. Es könnte eine Öffnung sein, aber es kann auch einfach nur täuschen, weil da halt eben so eine, naja, wie soll ich sagen, so eine Falte ist, so eine kleine. Ja, und auf dem Bild sieht man dann ganz gut, dass da ein bisschen weiter reingezoomt ist. Wir also quasi den unteren Teil sehen, nicht die Spitze von diesem, von dieser Falte. Also, wenn du mich fragst, würde ich sagen, es ist ein Kerl. Ich sehe da tatsächlich so gar nichts. Wenn ihr da jedenfalls was sehen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Pamphobetius Petersi, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin da kompletter Laie drin. Ich habe da keine Ahnung von. Ich probiere mich immer wieder mal ein bisschen aus. Aber meine Aussagen sind definitiv nicht zu 100% richtig. Wahrscheinlich nicht mal zu 20%. Da unten sitzt sie drin. Wir schauen noch mal, ob wir ihr was zu futtern andrehen können. Ah, jetzt rennt sie rein. Okay. Direkt in die Fänge reingerannt. Vielleicht haben wir Glück und sie kommt noch raus. Ah, ja gut. Schaden, ne? Immer diese Kamikaze-Rinner. Schade. Ich hätte es jetzt gerne hier draußen gezeigt, aber die hat da unten noch so viel Platz in ihrer Höhle, dass ich glaube, dass die da nicht rauskommen wird damit. Schade. Verflucht. Naja. Manchmal ist es eben so, ne? Also ich glaube, die kommt nicht mehr raus, aber die hat ihr Futter. Soll mal ihr Ding machen da drin. Juden Hunger. Schauen wir doch mal, was er zu Futter sagt. Naja. Lass dich fallen, Futter. Hopp. Ein Moment. So. Futter liegt genau hinter ihm. Futter bewegt sich aber nicht. Mach. Na gut. Ein Moment. Bin ja sportlich. Der muss das doch mitkriegen, dass da was hinter ihm abgeht. Oder? Kannst du dir erzählen, dass er das nicht checkt? Oh. Ist er einfach mit dem Fuß weggegangen? Was das denn? Kannst du mir erzählen, dass du keinen Hunger hast? Ich will nicht umdrehen. Na gut. Dann eben nicht, du bockiges Ding, du. Dann kommt die Schabe halt wieder zurück. Die Schabe freut's. Ja, er hängt jetzt da. Sagt sich nü. Heute nicht. Na gut. Dann eben heute nicht. Schade. Na gut. Vielleicht haben wir Glück und bekommen wenigstens eine Hamori gefüttert. Hamori-Weibchen. Frisch aus ihrer Häutung sozusagen und weg ist sie. Warum? Come back. Na gut, denn nicht. Ja, also ich muss sagen, was den Wachstum angeht. Ich meine, die hat sich jetzt gehäutet. Da oben liegt die Haut. Das ist jetzt... Ich sehe da keinen Unterschied. Das, was ich so sagen darf. Also, ja. Ich denke mal, das wird eine Weile dauern, bis die mal groß ist. Na ja, gut. Cliff, du wusstest, warum du dich einlässt. Ja, der Hamori-Kerl, auch frisch gehäutet. Mal gucken. Ja. Na klar. Haut liegt auch hier oben. Und immer hauen sie ab. Immer hauen sie ab. Ich dachte, jetzt bleibt er vielleicht sitzen, aber nö. Auch der sagt sich. Ich mache einen Abflug. Superschön, oder? Ich finde die Tiere superschön. Was für hübsche Tierchen. Aber auch der mit seiner Haut hat sich jetzt nicht groß verändert. Erschreckenderweise. Ich weiß mal gar nicht, was ich genau zeigen soll. Ich finde den... Ich finde halt den Carapax sehr schön, ne. Mit dem Schwarz, dem Übergang in Zelle. Als auch die Beinchen, der Hintern. Das sind halt allgemein echt schöne Tiere, ne. Die Hamoris, die können was. Einfach irre. Schöne Tierchen. Und nun hoffe ich dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und vergiss das Abonnieren nicht. Das Abonnieren ist ganz, ganz wichtig. Plus das Glöckchen aktivieren ist noch wichtiger. Dann bekommst du mit, wenn mir ein neues Video kommt oder ein neuer Beitrag. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften. Alles. Link in der Beschreibung. Schau da gerne rein. Gestreamt wird auf Twitch jeden Montag und Freitag um 20 Uhr. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020